Hallo und guten Abend aus Vancouver. Jetzt bin ich auf dem Weg den Highway 99, den City Sky Highway hinauf und suche einen schönen Stellplatz für die Nacht. Hallo und guten Morgen aus Lions Bay, beziehungsweise vom Brunswick Mountain über Lions. Der ganze Tag gestern hat es eigentlich die ganze Zeit nur gepisst. Und auch die Nacht tatsächlich so, dass es doch recht klamm und kühl war. Und auch hier im Wald, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich einen Schal umhabe. Denn es ist wirklich noch nicht warm. Die Sonne kommt zwar raus und wie ihr seht, ist kaum eine Wolke am Himmel. Aber noch auf dieser Seite vom Berg ist sie nicht. Das ist der Hobesund. In die Richtung da hinten liegt Vancouver. In der anderen Richtung liegt Squamish. Und die ganzen kleinen Inseln, Vancouver Island ist hinten in der Ferne zu entkennen. Hier fahren ein paar Fähren vorneweg. Es ist wirklich eine unfassbar schöne Szene. Für die erste Wanderung war das doch zapfiger, als ich mir das vorgenommen habe. Ich bin jetzt so knappe fünf Kilometer in den Berg gelaufen, beziehungsweise in den Berg stimmt nicht eher auf den Berg, denn in diesen fünf Kilometern ging 700 Meter bergauf. bis zum nächsten Mal. TSU-TUK! OULDNIKES BATER 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 Untertitelung des ZDF, 2020